Jo, heiz und zu Assassin's Creed. Wir müssen immer noch hier freundliche Abzeichen sammeln. Silberabzeichen noch eins, Bronzeabzeichen noch drei. Nun probieren wir es einfach mal. Erstmal Bärchen. Nahkampffähigkeit. Rennen, Packen, Töten, dies, das. Okay, Stufe 2. Okay, kriegen wir wohl hin, oder? Let's go. Alter. Okay, so geht es auch. Okay. Oh, komm. Okay, schon ein paar Leute. Stampfen. Oh, okay. Ich gehe hier drauf. Das war knapp. Das mit dem Rennen, das packe ich aber irgendwie nicht. Das ist so schnell, ne? Wer kommt hier? Bogenschütze, sehr gut. Und hier noch? Leider oben, okay? So, ab kaputt. Wer ist denn hier das Opfer? Oh, da irgendwo einer. Oh, schon gesehen. Wogenman hat mich schon gesehen. Oh, na gut. Das glaube ich. Oh, okay. Komm doch. Oh, okay. Oh, okay. So, den müssen wir wegkriegen. Oh, das wird schwer. Wer schießt jetzt da noch? Irgendwo ist dann Bogenschütze da hinten. Wer wohl zu langsam ist. Sehr gut. Oh, noch mehr. Schick. Oh, der Typ ist auch schnell. Ah, kaputt. Okay. Ah, kaputt. Gut. Na gut. Ein Bronx. Okay. Gucken wir mal Wolfie. Okay. Fernkampffähigkeit. Kopfschuss-Tötung. Okay. Ah, da stehen sie schon mal ein bisschen. ganz entspannt. Sprachpunkttreffer. Aber der Typ kommt da runter. Aber da kommen noch ein paar mehr runter. Ja. Da kommen noch ein paar mehr runter. Ja. Okay. Ja. Ja. Und wie ist das hier? Ja. 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 Das war's für heute. So, so ich das richtig, dass ich grad mal ein paar Punkte hab. Das ist ja wirklich übel. Was ist mit dir passiert? Okay. 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 Oh, das ist ein paar. So geht's ja einigermaßen. Hm, das ist gute Leder. So, komm. Okay. 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 So ist es. Schicksal! Oh, the next one, mhm. Oh, da kommen die anderen. Oh, wow. Oh, komm schon. Oh, wow. Oh, wow. Okay. Okay. Das ist irgendwo ein Nest, ne? Oh, ne, ich wollte oben rüber, komm. Kannst du alles wegsprengen hier? Oh, ich sag's nur ungern. Das ist gute Leder. Hat's grad nochmal so geschafft. So, mal eben gucken. Sonst noch jemand da? Da hinten. Alles voll. Shit. What really did? Hmm. 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 Hammer. Hammer. Das war's. Den hab ich gar nicht im Blick gehabt, ich dachte, der wäre noch woanders. Und da kommt der Nächste. Der Magen desnervt. Komm. Hier hüpft. So, nochmal gucken. Da hinten, ne? Wirklich hier durch. Okay. Metschi. Wow, es sind schon noch ein paar. Irgendwo ein gutes Plätzchen. Schon noch mal kurz abwarten, ne? Oh, es ist schon noch ein paar Jahre alt. Oh, es ist schon noch ein paar Jahre alt. Oh wow! Muss los, ey! So, wo ist er? Nicht jetzt! Ist er down? Der hat mich jetzt getroffen? So ein krasser Vogel. Ah, hier, die Jungs. Oh! 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 Alter! Oh! 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 Tja, das muss reichen. Habt man für Bronze, oder? Ja. Na gut. So. Das heißt. Das Prüfungsauswahl. Dann nehmen wir uns eine Raven vor. Fernkampf, Luftattacke, unentdeckt bleiben, schalte alle Wachen aus. Okay. Na gut. Alter, wir müssen da oben rauf. Junge, mach keinen Scheiß. Ja. Okay. Kann man so machen. Ist total umständlich. Spring da rüber. So. Er läuft da immer auf und ab. Was ist mit dem da hinten? Okay. Der geht da rein. Okay. 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 Oh, oh, oh. So, auch kaputt. Kriegen die das mit? Ich weiß es nicht. Oh, Mann. Was haben wir denn hier? Äh, X. Was kann das? Oh, nice. Okay. Na gut. Hm. 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 Mä, Wä, Wä, Wä. Das war's für heute. Das zum Thema Luftangriff? Okay, aber wie soll man das machen? Wie soll man da raufkommen eigentlich? Also, die anderen meine ich jetzt, ne? Hier ist jetzt ja klar. Na, wie kommen wir da rüber? Wo geht das sei lang? Da oben. Okay. 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 Voll schwer, ne? Okay. Dann sind wir hiermit erstmal durch, ne? Unentdeckt bleiben. Das wäre natürlich geil gewesen. 200 dazu. 600. Na gut. So richtig Luftattentate hätten wir einfach mehr machen müssen. Okay. Gehen wir raus. So, wie sieht's aus? Einen Silber brauchen wir noch, ne? Ja. Hm. Das ist natürlich doof. Was ich hier auf der Map noch gesehen habe, war ja, dass es doch hier noch irgendetwas anderes gab, was ich so noch nicht gesehen hatte. Warte mal. Warte mal. Irgendwo. In diese Richtung hier. Upsi. Dann irgendeine, krasse, ne? War nicht. So, wir brauchen mal einen Silbernen. Hm. Wo können wir uns den mal abholen? Was war denn, eigentlich war ja am Anfang das relativ einfach, ne? Wo war das Ding? Das Ding hier, oder? Ah, die waren auch schon relativ schwer. Wie haben wir denn die anderen geschafft? Ah, wo waren die? Hier irgendwo, ne? Das Ding? Silber, Silber, Silber. Okay. Dann probieren wir doch nochmal hier einen. Das ist schon okay. Ehe, ach. Das ist wohl so 5 einmal zu shoots. Well�' ich soll das irgendwie hier nehmen. Dann probieren wir das Ding hier. Ja. Und da kommt, so rein und ver criteria内 favourite Diphtadeosen. Na. John, ob dem Road other 2��, Oh, hier Silber schaffen. Mal gucken. Luftattentat. Okay. So, soweit perfekt jetzt innen hier von runterreißen, ne? Ja, komm. So, soweit perfekt jetzt innen hier. So, soweit nicht. So, soweit nicht. So, soweit nicht. Hey! Hey! So, ich würde mal sagen, bisher ganz gut gelaufen, oder? So, soweit so gut. So, soweit nicht. So, soweit nicht. gehen wir mal hier rauf oder die sehen mich alle nicht, okay kann man den irgendwie so killen, okay bei denen bin ich mir unsicher, wer sieht da wen, keine ahnung den kann man gar nicht von oben killen, ne? ka-ching so so Das war's für heute. So, wo stehen die alle rum? Die stehen alle da drinnen, irgendwo. Mal gucken. Der schaut nach da. Die hängen hier ab. Okay. Okay. Hier ist vielleicht nicht so clever jetzt, oder? Okay. Okay. Schwierig, ne? So, vielleicht erst mal reingehen. Okay. 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 So weit, so gut. Okay. 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 Du hast ihn push, ne? So, ihn da oben. Hm, fang hier rüber. Mal gucken, ob es geht. Muss, ne? Muss, ne? Oh, er? Ina vielleicht zuerst? Wie sieht der uns? Ich weiß nicht. So, da ist das Artefakt. Komm. Komm schon. Ja, gerade mal so geschafft. Na gut. Okay, raus. Okay, man muss halt eben gucken, dass man erstmal alle wegchillt und dann die letzte Trophäe oder die letzte Artefakt holt, ne? Okay, dann gucken wir mal, dass wir zurückkehren. Zurück zur Siedlung, ne? Oder? Gucken. Ups. Da oben. Ja, okay. So, let's go. Okay, ey, Füchse, da ist er wieder. Ja, ja, es geht um ein Oase in der Wüste. Lass mich raten. Ah. Gibt's ja eigentlich eine Brücke? Ja, guck mal. Wir können auch ganz gesittet darüber laufen. Geht doch alles. So. Wir haben Prüfung gemacht. Hildiran, hier bin ich wieder. Ja, sehr gut. Du wirst besser und besser. Sicher gibt es einen Grund für all das, oder? Natürlich. Sobald wir es geschafft haben, Freyas Tor zu öffnen, wirst du verstehen. Was liegt dahinter? Du scheinst viel darüber zu wissen. Tatsächlich weiß ich viel über vieles, Wolfsmal. Du weißt meinen Fragen aus, als wären sie Pfeile. Du stellst Fragen, als hättest du ein Anrecht auf Antworten. Übe dich weiter. All das hat einen Sinn. Hab nur Geduld. So, dann zeige ich mal deinen Laden. Das ist aber schon total heißen Scheiß. Ich brauche vernünftige Axt. Kann ich mir leisten? Alter, 15 davon. Wollt ihr mich veräppeln? Ich will die schöne Axt haben. So ein Rotz. Na gut. Muss los. Was machst du hier, frage ich nicht. Ich brauche nichts. Dann solltest du üben gehen. Sehr nett. Sammle mir Abzeichen. Brauchst du Abzeichen? 15. Wollt ihr mich verarschen. Silber Abzeichen. Nochmal 4. Da muss ich aber mal ein bisschen üben. Lass mal kurz gucken. Da unten gibt es ein paar. Da. Also zwei zusätzliche haben sie mir hier eingebaut. Na gut. Gucke ich mir beim nächsten Mal an. Okay. Also. Bis dann. Ciao. Ciao.